Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, richtig, richtig Rogue Company auf meinem Kanal, richtig, ob Glück oder Können, winn ist winn und richtig, es geht gleich los mit Rogue Company. Wir spielen die Karte Icarus und immer noch den selben Modus, Strikeout, minimales Lecken, ist ja toll, ja ich nehme auf jeden Fall wie immer meine MP und meine Granate, also wie gehabt, wie jedes Mal und dann jedes Mal mein Frey und mein Feuerball, yes the burning on fire, boah leckt das, seht ihr das, seht ihr das? Alter, wo haben die mich eigentlich reingeschmissen, ich dachte ich spiele nur über europäische Server, aber diese komische Schrift da, ist das japanisch? Das ist ja geil, dann kann man ja mit Lacks rechnen, die wir noch nie hatten, dein Team hackt, ja das glaube ich auch, alter, leckt das. Boah, alter, das leckt so schön, das macht ja richtig Spaß. Boah, alter, ich kann nicht mehr reagieren, nein. Wow, danke, habt ihr gut gemacht. Alter, das leckt, ich habe mir so halbe Reaktionszeit, ey. Boah, krass, alter. Habt ihr sie? Boah, ist das am lecken, alter, alter. Was für Servern haben die uns denn hier zusammengeschmissen, verdammt nochmal? Egal, wir machen das Beste draus. Die besten Kills, die besten Kills. Komm, zeig dich. Oh oh. What the hell? Wie kam die so schnell da rüber? Ich habe sie nicht gesehen. Bin ich dann im Schnitt, ob ich sie wirklich gesehen habe oder ob die einfach nur sich teleportiert hat. Ich denke mal, sie hat sich teleportiert. Aber es ist cool, es ist cool, läuft, läuft. Warum nicht? Natürlich. Okay, wir haben mehr Tickets, läuft gut. Wenn es jetzt aufhört zu lecken. Oh nein, in der Ecke. Das habe ich nicht gesehen. Das war sogar ein Real Kill. Das war nicht, was ich immer sage. Boah, die cheaten doch. Das war real. Ich habe die Person in der Ecke gar nicht gesehen. Ich habe sie gar nicht wahrgenommen. Was für ein Scheiß, Alter. Oh Mann, wir hatten mehr Tickets als sie. Oh, immer so lang dauert, bis du was wirst, ey. Yo, da habe ich nicht hingeworfen. Genau. Die cheaten doch, verdammt nochmal. Das ist doch pay to win. Wie würde es Diva sagen bei Overwatch? Richtig. Genau so. Warte, warte, warte. Warte, warte. Ah, komm schon. Zu wenig Muni. Oh Mann, Gott. Wir sind down. Retto. Es ist nicht so, dass mein Team nicht versucht hat. Also, das war ein geiles Teamplay. Die anderen waren einfach besser. Oder sie haben gecheatet. Das war ein guter Start. Hallo, wir haben das Beste gegeben, was wir hatten. War nicht viel. Aber ja, wir haben unser Bestes gegeben. Hallo. Ja, läuft. Warum nicht? Nee, weiter geht's. Okay, der Point ist da hinten. Ich laufe drauf zu. Das ist gut. Das ist immer allein gegangen. Sehr gut. Ich gucke mal außenrum, wenn es gerecht ist. Ja. Ja. Ja, wo ist die? Ah, toll. Ich habe nichts gemacht, aber mein Team hat alles rasiert. Sehr schön. Dieser scheiß Respawnpunkt. Ja, natürlich sind sie immun. Ja, das ist hier ein Respawnpunkt. Natürlich sind sie immun. Warum? Das wären leichte Kills für uns gewesen. Was soll das? Haben die gewonnen, weil sie immun sind? Oh, ihr Respawnpunkt. Nein. Ja, war real, war real. Ah, Mann. Ich wollte mich gerade zurück wegrollen. Rückwärts wegrollen. Oh, no. Böse Phantom. Mit der Axt in mein Gesicht. Oder was? Mein Rücken? Ich weiß es nicht. Hat sich das gereimt? Uh. Geil. Beinahe, beinahe. Hey, wir haben mehr Tickets. Die Runde gewinnen wir. No. Ich habe auf ihn geschossen und er wirft sein Schwert. Ich habe ihn auch ein paar Körpertreffer verpasst. Aber er ist okay. Er hat sein Schwert geworfen. So wie zu dem Thema, wir haben mehr Tickets. Es ändert sich gleich wieder. Und dann kann man sagen, was man will, dass es Cheater sind. Boah, und die Legs verdammt. Wirklich nicht? Achso. Kann ich mein Team retten? Ich treffe nicht. Willst du mich verarschen? Ich schieße ja alles daneben. Willst du mich verarschen? Sag doch um den Weg, wir haben die meisten Tickets. Alter, ganz ehrlich, wie kann man sich da... Ach, keine Muni mehr. Genau, wenn ich loslaufe, kommt die Person aus ihrer Deckung. Das ist kein Cheat. Genau, wenn ich loslaufe. Wir haben die Runde gewonnen. Wie das? Hä? Nur elf Kills. Gewinnen wir die auch, dann ist es gut. Verlieren wir die, ist es nicht gut. Ja gut, wir haben dann immer noch eine Chance, um aufzuholen. Aber, es ist ja besser, wenn wir jetzt die Runde gewinnen. Gewinnen, ja, das Wort war gewinnen. Da ist der Point. Point A. Das ist jetzt die Blöde mit der Ecke. Ich meine, hier mit der Ecke, Ecke. Können Sie mal da kommen, das versauen wir mal. Ey, Alter. Es gibt wirklich Blendgranaten. Verarscht mich doch nicht. Baut euch in jedem Spiel am höllichten Tag auf einer weiten Ebene eine blöde Blendgranate ein. Das funktioniert nicht. So funktioniert die wirklich nicht. Natürlich ist das Magnesium und das brennt heller als alles andere. Aber so funktioniert das nicht. Nein. Guck mal, wo ich stehe. Wie schnell ich hier aus dem Gebiet eigentlich wieder in Schutz bin. Ah, Mann. Ich will mich nicht aufregen. Sorry. Wir verlieren die Runde auf jeden Fall. Ich will mich nicht auf jeden Fall. Ich will mich nicht auf jeden Fall. Nein. Ich will mich nicht auf jeden Fall. Ehrlich. Ja, schlagt mir deinem sehr schönen Schwert zu. Er hat ein sehr schönes Katana. Also ein schönes Regenbogenmusterchen drauf. Ja, finde ich gut. Nicht wirklich gut. Ja, und scheiße. ich hab mich nicht bewegt ich stand hinter der kiste diese blöde blendgranate natürlich haben wir schon wieder verloren wir haben zwar alle die gleichen ticket anzahlen aber gut gemacht nein nein ach komm schon jetzt mal ehrlich wir waren das bessere team da wohl nicht hoch großer danke scheiße hinter uns auch ich hör's doch ja natürlich er hat alles getan ein guter team deutsch ein wirklich guter teamspieler aber leider haben wir uns genagelt aber ich bin raus wir haben kein leben mehr okay scheiße wir gucken uns zu wir gucken zu werden natürlich verlieren das ist zwei zu eins aber jetzt mal ganz ehrlich schreibt sie mal in die kommentare sieht das aus nach schieten oder sind die wirklich so gut ich sage die schieten aber ich bin ja auch arrogant ich bin alte deswegen ist einfacher das zu sagen wow okay wir schieten gerade zwei gegen einen das ist unfair nein komm schon schaffst du es hinter dir hinter dir hinter dir hinter dir ja mach 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 die wände blatt sehr schön da hast du einen gegner in bewegung du bist gut aber der ist richtig gut mein team gewinnt doch auch vielleicht schieten wir ja okay eins gegen eins sind die entscheidende schlacht wer gewinnt ist der bessere ohne wenn und aber was war das die hat eine blöde kanate geworfen nein die haben das war fair der letzte angriff oder es geht die verlängerung ich sage verlängerung ganz sicher das wird leider mal ein sehr langes video rock company ist tut mir auch leid so wie es beeinflussen könnte ja ich könnte es nachgeglich hatten naja mal gucken was sehen wir dann jetzt ich wollte mich eigentlich bücken ich bin zu blöd dazu nein granate ach man immer die bläde granate hört auf mit dem scheiß Nimm den Kinn an den Lolli weg, man. Jetzt mal ohne Scheiß, die Blendgranate. Ich kann nichts machen und ich sterbe, weil ich der bessere Soldat bin, weil jemand anders mein Augenlicht nimmt. Und wenn man die Quartierphysik in... Äh, lassen wir das Wort. Wenn man da eigentlich die Physik mit ins Spiel bringt, punktiert eine Blendgranate im offenen Feld, glaube ich, gar nicht. Obwohl es natürlich heller ist als alles andere im ersten Moment. Ich glaube, es hat irgendwas mit Magnesium zu tun. Ja, hinter mir. Wollt ihr mich verarschen? Nein! Ich habe mein Bestes gegeben und habe voll auf die Schnauze bekommen. Oh, nur 18 Kills. Mein Gott, und das sind vier Runden. Drei lernen zählen. Einen für uns. Ja, okay, ja, brecht. Danke, Team. Gut gemacht. Ey, wow, was war das für ein Chief? Yo, was war das denn? Es hat nur noch bumm, bumm, bumm gemacht. What? Okay, wir gewinnen. Wir gewinnen. 2 zu 2. Sehr schön, wir gleichen aus. Können die nicht gewinnen. Yo! 2 zu 2. Die alles entscheidende Runde. Gleich geht's los. Wer es sich bis zum Ende angeguckt hat... Ey, ihr seid die Geilsten. Kuss geht raus. Okay, los geht's. Wir müssen nach da, kein Problem. Die Runde werden wir natürlich wieder verlieren. Nein, natürlich nicht. Seid pessimistisch, äh, optimistisch. Komm wieder. Hört doch mal auf mit der Scheiße. Ich stehe dann immer woanders, als ich vorher stand. Was soll der Scheiß? Okay, da muss ich mich aufregen. Ich hasse Blendgranaten. Ich hasse sie in jedem Game. Okay, das war eine normale Granate. Das kann ich so hinnehmen. Hallo, hier bin ich. Ein Versuch war es ja wert, ne? Okay, jetzt... Ich sag doch, ey. Die lassen uns doch jede Runde gewinnen. Jede zweite. Ich glaube, die ersten haben wir gewonnen. Dann haben sie die Schnauze bekommen. Dann haben sie uns wieder gewinnen lassen. Was? 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 Oh Mann, gutes Team. Gibt mir Deckung. Okay, ich cap mal ein bisschen, ja? Bleibt ein bisschen in Deckung. Wir brauchen den Hinterhalt. Schutz, natürlich sind Hinterhalt. Die kommen von hinten, oder? Ja! Also ich behaupte, ich habe besser geschossen, aber okay. Na, 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 na. Ja, wir gehen außen rum. Warum? Keine Ahnung. Hinterhalt. Jo, wir haben komplett gewonnen. Yes, danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen guten Morgen, einen noch besseren Abend. Ich bin hier mit raus. Peace. Sorry für die Abmutter. Ich wünsche euch einen schönen Tag, 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 einen schö